Mit dem WM-Tippspiel von sport.de in Zusammenarbeit mit weltfußball.de und kommunio.de bist du mittendrin bei der Fußball-Weltmeisterschaft in Russland. Dank attraktiver Spieltagspreise war mit dem Nie reizvoller nur noch 8 Spiele und die Fußball-WM in Russland ist schon wieder Geschichte, aber du kannst nochmal richtig absannen. Bereits 4 richtige Tipps beim anstehenden Viertelfinale könnten reichen, um dir mit dem WM-Tippspiel von sport.de in Zusammenarbeit mit weltfußball.de und kommunio.de einen unseren attraktiven Spieltagspreisen zu sichern. Punkt. Also, melde dich jederzeit an, tippe richtig und schon winkt dir beispielsweise ein Set, mit dem du dein eigenes Bier brauchen kannst und ein ferngesteuertes Auto im Deutschland-Design, jetzt mitspielen und gewinnen. Hier geht's zur Anmeldung. 2 2 2 3 1 Untertitelung des ZDF für funk, 2017